so durch ich kann essen ich hab glaub ich deines gegessen aber dafür hast du jetzt meinen hasen jähn den ökohasen wir haben noch einen lecker ökohasen oh nein ich kann kein leuch mehr mitnehmen willst du ein leuch? ich kack dir einen so ich kann auch nicht mehr mitnehmen geil wuh ich hab einen durchgekackt ich hab einen durchgekackt ich hab einen durchgekackt ich frag mich nur wieso ja tat's weh als du heute morgen aufgestanden bist und vor die wand gerannt eigentlich nicht, nein ich bin nur sehr früh aufgestanden obwohl frei ist also heute ist Vatertag am Tag der Aufnahme wenn ihr das lebt ist es Samstag gehe ich stark davon aus dass es Samstag ist oder es ist Freitag also morgen ich weiß es noch nicht je nachdem ich zum Hochladen komme und zum ich glaub rendern ich glaub rendern ist bei dir das was das seit einer Bart was ein bisschen dauern könnte das rendern geht eigentlich mega schnell bei mir ja mittlerweile schon aber du hast ja einiges da jetzt auf rumliegen so ein bisschen ne äh wenn ich alles hintereinander wegrendere je nachdem wie viel Gigabyte es natürlich sind wenn ich jetzt hier so ne äh 70-80 Gigabyte Aufnahme reinklatsche und die Folgen dann nacheinander wegrendern lasse kann das schon eine Stunde dauern ich hätte davor wahrscheinlich einen Tag wahrscheinlich locker einen Tag gebraucht ja mein Laptop hat heute beim rendern irgendwie so ein paar Speedpill eingeworfen das hat plötzlich nur noch 19 Minuten gemacht und das mal eine halbe Stunde gebraucht Lohi her mit der Haut danke so ich hätte jetzt aber gerne erstmal ein Kannibalackendorf weil I need äh Pilz und da ist sie untergefallen und sie fliegt und sie fliegt über die 500 jahren Linie und Ohre ist riesig mehr weggelaufen noch ein Reh ist auch nicht weggelaufen warum rennt ihr nicht mehr weg das andere habe ich jeden getötet hier ist der Kopf zumindest bei mir noch die Rehe haben irgendwie jetzt hat das Problem hier liegt auf jeden Fall bei mir in der Kopf noch rum von dem anderen Rest das sage ich noch was aufheben renn bambi renn renn zu der Mutter ich brauche immer noch ein Kannibalackendorf deswegen suche es als ich bin kein Kaliberlacke ja man ja man ich bin ein alter Mann ja soll ich den Krücktock geben und du hast dir die Hose geschissen aus einem Blut du hast genau da wo deine Popperze ist einen roten Fleck an deiner Hose ich habe meine Tage Entschuldigung aus dem Arsch wow ja es gibt dir kein ja wenn du aus deiner Weiner blutest und nichts reinpackst dann läuft es das ist wie wenn du dünnsches hättest du was von vorne rum das verteilt sich halt in der Hose aha so soll ich dir ein Fahnenblatt geben damit du es dir reinlegen kannst ja bitte ok wenn ich eins finde packe ich es ab und gib es dir ja weißt du weißt du solche Sachen sind immer flüssig die laufen sie laufen wohin laufen sie denn das ist wie wenn du die Bier über den Arm kippst das läuft auch das wird ja nicht sofort an Ort und Stelle fest junge doch klar Bier ist besonders schön und deswegen sollten Frauen ja auch Tappungs benutzen so so jetzt aber wieder jetzt im Ernst des Tee der 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 wir sind wieder am Strand und was gehört eigentlich nicht hin sollte aber wir haben sie suchen zerdoppelt mit häuptlingen sagt ob das du da was hast dann ist doch ja besuch mit häuptlingen und cds wo alter das sind die deutschen von tokyo brennen aber ich auch andere entschuldigung das war nicht beabsichtigt ja lauf lauf und gehen auf seine manager abhetzen ich hoffe sie kommen ich hoffe er stirbt auf dem Weg das war jetzt meine letzten Pild ich brauche Pildmann so so jetzt habe ich die schnurze voll oh durch nein nicht wegrennen durch so kommst du ich habe gerade einen durch glaube ich ist er weg äh ja wenn ich dich finde den Strand 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 ach da ist der Name komm her ja komm doch her hol's ich finde deine cds immer noch scheiße Pisser da ich strafe dafür dass du scheiß Musik hörst aua hau mich erst so ich muss jetzt erstmal zu dem anderen ich muss jetzt erstmal zu der großen Spawns da hinten Spawn Spawn weil ein Niedpilz ganz ehrlich ich habe nichts mehr beim nächsten Angriff äh bin ich Käse cool dann kann ich dich ja auf mein Essen tun und dann überbacken mit Surottkäse überbacken ich kann dir auch gleich mal die Klöten abschneiden äh ne das lassen wir noch dann gibts Spiegelein zum Frühstück yeah zum Frühstück ist ein bisschen spät dafür ha außer du bewachst sie bis morgen auf aber könnten sie schon ranzig sein aber es ist schon mal gut dass ich keine Eier vertrage sonst wo ich das nicht essen yeah ich kann das ja dann anderen Leuten machen ich werf den Kannibalen zum Fraß und wenn die es auch nicht essen dann waren deine Eier nicht sauber genug oh dann waren sie ranzig so Alkohol ne Menge Alkohol ich hab alles verballert ey gib mir den Alk gib mir den Stoff Bro gib mir den Stoff gib mir den Alk ja und DHL liefert wieder Kängurus da bist du schon auf Reha auf einer einsamen Insel und was ist du seufst trotzdem noch wie so ein auf Reha alter ja man das ist ne Reha Insel du hast noch nicht die ganzen Kannibalen sind alle irgendwelche psychisch Drogen kranken was auch immer Leute die einfach nur verdammt frustriert sind oh my god it's a rainbow was Regenbogen oh Tatsache wann gibts den denn alter am Ende des Regenbogens war das ein Topf voll Gold ja dann auf rennen wir mal würde ich sagen äh Berg bin nicht unterwegs man sieht sich wow 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 diese Kiste ist sehr weit geflogen doch 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 das war doch 500 Metern sorry Chili I need your I need your Fleisch Alter hier ist nichts keine Medizin nischt doch nein das ist ein Stein verdammt ja ich hab grad einen Stein verwechselt mit der Medizin einfach nur weiß war und zum aufheben ähm bisschen Alk aber das war's wo sind meine scheiß Pillen man ich bin auf Entzug ich entziehe dir gleich was anderes alter was denn mein Führerschein oder was ja genau hier ist ein Snickers wenn du einen brauchst ich kleb dann einfach mein Pillen drauf hier sind keine Pillen hier sind keine Pillen hier 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 nein wahrscheinlich hab ich die schon aufgehoben und seh die nicht mehr ok dann nehm ich sie mit wenigstens ist hier was zu trinken und was zu essen ich krieg keine Pillen ich muss sterben hm ne das ist ein Stein das ist ein Vogel wenn ich nicht mehr treffe ist so doof ein Vogel zu schildern oh nooo erstmals Snickers du bist nicht du für du ungerüst bist blablablablablablabla ja aber du bist immer voll zu Diva ist richtig schlimm die armen kardibalen die kann auch nicht so viel dass sie hässlich sind ich werd nicht mal zu Diva du kleiner Lackaffee naja so oft wie ich sterbe nicht das ist kein Lackaffee oder hier das Gegenteil davon was was ne ja falls du Lackaffee im Sinne von L-U-C-K meintest und nicht im Sinne von lackiert oder so oh guck mal Völkermanderung bis wo ich seh keine Völkermanderung das beunruhigt mich oh da vorne sind das ist nicht viele Leute da nicht die da laufen jetzt seh ich welche so zwei seh ich jetzt haben sie nicht gesehen weil du so fett bist ich bin ja gar nicht da lauft einfach weiter sich gloriert und sei da hoffe ich doch ich hab Schlamm eine Schlammpackung eine Schlammpackung mich sieht man jetzt nicht mehr ich bin getart überriechen tut man dich dafür ich rieche genauso wie die ja nach Schlamm und so ein bisschen Blut okay gut dann beste Hammer ich hab halt die besseren Karten als du ich merkte jetzt schon irgendwie fehlen mir auch die anderen Bauten weißt du noch diese länglichen stimmt du hast auch noch einen Stein Alter ich will Pillen ich bin sicher dass die hier an diesem Steinestrand ist aber die müssen doch jetzt langsam erst kommen da vorne irgendwo ich weiß es nicht ich brauch trotzdem Pillen und keine Steine oh god vielleicht sind das ja gesunde Steine die auch für die Gesundheit gut sind warum will wir denn hier niemand Pillen verkaufen verkaufen das wäre ja noch schöner wenn die die kann ich beides auch noch anfangen würde mit einem zu handeln und einem so nicht nur das Fell sondern auch das Geld über die Ohren ziehen toll sag hier liegt äh Soda und Geld geht 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 ja nur du sollst runterklettern du Arsch ja ja genau boah glücklicherweise ist der Sand weich springt der einfach runter stecke stecke ich kenn ich hatte ich heute auch nur da warst ne Höhne und da bin ich gestorben aaaaaaah pfft Aua immer dieser Raudis immer dieser Sonntagsfahrer auf den See das hättest du meiner Zeit nicht gegeben da gab es noch keine Autos ja traurig nur dass ich älter würde jetzt tue ja das hast du zu meiner Zeit noch nicht gegeben zu meiner Zeit hat es noch keine unnackbaren Teenager gegeben wahrscheinlich ja wahrscheinlich schon aber nicht in dieser Masse die gab es sogar zu meiner Zeit nicht zu meiner Zeit wenn du da widersprochen hast als Kind da gab es einen auf den Arsch wenn du mal die Hausaufgaben nicht gemacht hast ja und zwar das immer so oh mein Gott die 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 großen Kinder aus der vierten Klasse du warst halt so in der zweiten oder so das waren schon die großen das ist immer voll Schiss von den Leuten und heute da töte mein Mann nicht jetzt ist recht Toll forever alone ja da war den Mund noch schön bald offen wenn du noch was reinstecken möchtest hier sind Pillen falls du dich aufgehoben hast ich hab hier nur Alkohol okay Alkohol Alkohol macht Hirne hol ich liebe diese Kinder die draußen vor der Türe stehen und die ganze Zeit am brüllen sind oder diese Sturmklingler die klingeln ja nicht die stehen wirklich vor einer Tür und brüllen die ganze Zeit dass die Roboter nicht reagiert weil sie sich vielleicht auf der anderen Seite der Wohnung befindet und es nicht hört die stehen da lieber den ganzen Tag und brüllen sich die Seele aus dem Leib und manchmal habe ich so das Bedürfnis einfach einen Eimer Wasser runterzukippen musst du mal machen ganz ehrlich das geht so oft ich hab heute mal ein bisschen mehr aufgenommen so, damit ich halt ein bisschen Ruhe hab und so ein Kram und die ganze Zeit heute, die ganze verfickte Zeit, ganz ehrlich Ich kann ja nicht mehr später sagen, ob man so den Aufnahmen hört Wenn das so den Aufnahmen hört, bin ich das nächste Mal unten, Alter, dann stopfe ich dem persönlich das Maul Mit dem Eimer Wasser Mit dem Eimer, in dem vorher das Wasser drin war, nachdem das ausgekippt Ich nehme kochendes Wasser und verkaufe es als Tee Oh, Pillen Tee ohne Geschmack, hi Nee, Pillen, nicht hi Und Stoff Stoff, der Gute Der Gute vom Alllieben Gibt's einen Sonnabend, aber das liegt ja hier so oft rum 3,99 Doch so viel Wie einfach mal wieder das Tape und so rumliegt Das hab ich doch beim letzten Mal schon aufgehoben Sehr kurios Vielleicht liegt's rum, weil ich gestorben bin und mein Computer meint, hey, ist neu Nee, nee, das ist ja schon beim Laden Das Tape liegt bei mir, schwebt bei mir gerade in der Luft Auch nicht schlecht Ich nehm's trotzdem nochmal mit Ich stimme mal gerade rüber aufs Schiff Guck mal Hä? Irgendwas stimmt bei diesem Boot nicht Das Segel ist hier nicht Weil, ähm Die Koffer waren jetzt gerade noch alle offen, aber irgendwie das Bild hatte ich beim letzten Mal schon genommen Die waren offen, aber der Stoff war noch offen Und irgendwie fehlt bei dir auch ein Stück vom Segel So der ganze Rest, wo die da oben drüber ist Ja Gut Also entweder Also entweder war jemand hier, nee, das Segel ist runtergefahren Aber warum, hä, hä, aber das war nicht Sonst war was, aber noch komplett Moment, ich hab da Ja, wie auf dem Schiff einfach mal wieder alles da ist Und zwar ist aber komplett hochgezogen dieses Segel oder nicht? So Interessant Das war jemand hier Oh ja Die Milchtüte Das da Das da Snickers Das verstehe ich nicht Warum das jedes Mal wieder da ist Jetzt hab ich auch vier Air-Kadester, ey Geh mir doch mal aus der Linse, Bro Geh du mir aus der Linse Aber den Kassett-Recorder merkt das Ich weiß nicht, ob die Motör-Hobby schon so was helfen Wo wir sowieso schon hier sind Ist die Kisten-Landschaft da neu? Und irgendwie fehlt da oben das Fenster Was ist hier? Gab's ein Patch und ich weiß nichts davon? Haben wir so lange nicht mehr gespielt? Ich bin gerade überfragt, was diese Kisten betrifft Ich hab nie drauf geachtet Ich guck einfach mal später in die alte Aufnahme Weil ich weiß, dass wir auf dem Schiff waren Ja, das waren wir Und dann, ich meine, die Kisten waren nicht da Und irgendwie wird auch lustigerweise die Behausung nicht mehr angezeigt Die wir uns gebaut hatten Weil es sind nur noch die beiden Häuser Ach doch, da, wo die Farben sind, natürlich Weil da steht ja doch die drei zwei hintereinander Und ich sehe es noch nicht Hm So, kommst du? Wir müssen sonst bald ein Nachtlager suchen Sogar was saufen, sonst verdurste ich mit der Junge hier So, jetzt bin ich am Weg Ihr könnt jetzt aber ins große Dorf retten Aber da gibt es mit Sicherheit noch Pillen Bei zwei Packen Pillen komme ich nicht weit Und dann können wir uns da auch ein Nachtlager bauen Hm, okay Du musst uns einfach hier lang halten Zwischendrin ein paar Blätter mitnehmen Du hast bei mir voll in die Luft gehauen So, bam, stirbt Luft, stirbt Ja, die Luft ist nicht frisch genug Wollte ich gerade sagen Du musst was gegen die Frischluftvergiftung tun Nachher setzt die noch ein Heilpflanzen mitnehmen Natürlich nicht vergessen Zack Und viele Blätter Ich muss eh gerade laufen Blätter, Blätter Was auch dieser Beton hier soll Das sieht mir echt aus Sieht nicht aus wie ein Schneider Der sieht irgendwie einfach so Irgendwie falsch Der gehört hier nicht hin Da müsste mindestens ein paar Moos draus sein Besuch Ah Ja, der hat uns aber voll ignoriert Läuft Wahrscheinlich gemerkt Oh, die haben gar keinen Kuchen Der fasst wirklich nicht von rein Guck mal, die Steine hier am Rand Alles so krass Und ein bisschen Moos drauf Das ist einfach so, pam Leer Grau Hallo meine Hübsche Kann ich nicht daten? Du hast doch was gegen Ich dachte, wir paar schippen jetzt Ich glaube, sie versucht sich zu umarmen Pfff Will ich sie von hinten hauen Und plötzlich rollt die weg Naja Tja, wenn ich will, der hat schon, ne? Ja So Okay Ähm Kommst du? Ich versuche herauszufinden, was das hier sein soll Ach, das ist ein Sack mit Totenköpfen drin, hab's gefunden Ein Sack, siehst du, das ist aus deinem Sack geworden Die Totenköpfen ist aber schon groß, du Ich muss nur sorgen machen, dass da Krebs drin ist, du Bei der Größe Oh, Beeren, lecker Komm herauf Es ist wunderschön hier Aussicht Wupp wupp Vogel Du vogelst deine Aussicht? Jaja, genau Aussichten sind gut zu vögeln und so What? Naja, weil Vögel ja immer gerne sitzen und die Aussicht genießen sind Aussichten gut zu vögeln Ja Das hat natürlich kein incoming Ein Reh Incoming? Wow, du bist im falschen Spiel, Bro Nein, Fire in the Hole Stirb, Ast Äh Da hat es allerdings auch Boot Sehr interessant Gibt es jetzt zwei Boote? Wir müssten langsam Alter, aus Boote Erstmal ein Reh vor meinem Gesicht Töte es, bevor es Eier legt Naja, ich habe genug zu essen Glaubst du mal das Mikrofon ausgepackt? Ach, das Boot da unten Ja gut I have In 8 To eat Jetzt können wir das scheiß Dorf finden Mh S-s-s-s-müsste jetzt so allmählich auftragen Ah, ich hab's gefunden Genau, hier ist das abgelegene Häuschen Huch Entschuldigung, habe ich sie beim Kacken gestört? Das tut mir leid Ja, ich habe gerade verstopft, vor Gott Du störst mich Au Du musst nicht gleich so rabiat sein, Bruder Au Ich habe keine Pillen, Bro Oh, zwei So, einer ist tot Der andere ist da hinten gerade weggerannt Alter Drehst du dich einmal umschlagen, sind erstmal die Fresse weg Läuft bei denen Ja Nicht So Gut, ich würde sagen Ja Ich bin mal durch Warten wir uns hier Ein Hündchen Ein Hündchen Ein Hündchen Ein Hündchen Ein Hündchen Wuff wuff Muss ich denn jeden Morgen mit dem Gassi hingehen? Ein Hündchen, kein Hund Ach, ein Hündchen Ich habe Hündchen Hündchen Ich dachte Hündchen, nicht Hündchen Du Alucard Hä? Alucard Ja, gerade noch so die Kurve gekriegt Ja Kannst du jetzt mal aufhören mit deinem scheiß Seil, Alter? Nein, wir sind toll, ich will daraus die Hüchte bauen Ja, mach ein Stückchen dran Glück sind ja da So, speichern Wuii Und dann können wir die Nacht warten, bis wir kommen Naja, ich bin eh schon da Alucard ist zur Stelle, also schlimmer kann es nicht mehr werden Arrrr Arrrr Hat mir auf den Fuß getreten Pfff Bäh, kotzt Neuer Anstrich, gefällt mir Komm schlafen, Junge Wollte ich vielleicht den Anstrich noch genießen, Mann Und durch, hab's wieder kaputtgefasst Kamelle Mach mal Feuer So, Feuer ist hoch